Sagt jetzt mal wie es aussieht, ja? Soll ich mal in Tower reingehen einfach? In dem Tower. Ach, du bist drinnen. Ja, er ist standardmäßig, also nichts hält, Stadt oder so. Um die Hangaren müssen wir unbedingt abgehen. Bevor wir Richtung Baracke gehen. Obwohl, lass jetzt die Baracken abgehen. Dann gehen wir vom Südende rüber zu einer Baracke. Ich bin tot. Laber. Ich bin durch die Treppe gebackt. Echt jetzt? Echt jetzt. Was machen wir das denn dann? Oh, leil. Tatsächlich. Liege ich da? Ja, ich hab nicht. So. Das ist so demotivierend, ne? Ja. Du überlebt die ganze Zeit, weißt du? Du schießt mich sogar an mehrmals. Selbst wegen so nem Scheiß. Okay. Alter, der hängelt aber viel weg. Die setze ich mal auf einfach. Ja, ja. Korte. Korte. Truck, Truck, Truck. Wo? Trinne, oder was? Lauerhalle Truck. Pass auf. Der ist der Ural. Komms. Ich hör Auto. Auto fährt auf uns zu. Ich kann schießen, ich kann schießen. Ich hab den sogar getroffen, alter. Ernst? Ja, aber es ist gestorben. Dann blutet der. Ich glaube nicht, dass er jetzt... Das ist unser Truck, man. Ja, der fährt an die Scheiße ran. Komm wieder. Oh ja, Scheiß. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen, ja. Hast du ihn? Der hat mich umgefahren, der Wichser. Wie, der hat dich umgefahren? Der hat mich umgefahren, ja. so ein dreck ist das behindert das spiel fette mir warum wenn du an die scheiß mauer gerannt man nicht super wieder tot so schlecht sowas lächerliches alter rumfahren und plattform krasser aus so was dummes wo lagst du denn als er dich umgefahren hat hinter dem zaun bei deiner blechhalter kommt die tanda kommt die police da lag ich drinnen gleich an der straße eine kleine tanne sie doch gesehen haben ich hab dich gesehen aber ihn nicht der ist in einem auto gefahren ja klar hätte ich das auch versucht man da ja richtig gemacht trotzdem war der baum ich nicht geschützt man scheiß tanne der typ läuft in der stadt rum oder wie ja was hat er auf jeden fall rennen da die ganze zeit so eine säge auf die entfernung nicht und was dunkle kleidungstechnisch wo hockst du denn der einen zombie rennen in grüner kleidung rum ne jetzt seh ich ihn grad nicht ich bin jetzt so da wo der zombie ich bin jetzt direkt am flugzeug also kann sein dass er schon in richtung dieses Waldstück ist ach da steht einer am haus ist einer von uns am flugzeug flugst du bist du ne ich bin immer noch ich bin immer noch auf der 6 Uhr position des flugzeuges ja dann bist du des der andere typ der müsste wackel mal nach links und rechts wackel mal nach links und rechts ja dann bist du des heik du warst in dem blau gelben haus ne blau gelb weißes haus stehst du also wie gesagt der spieler ist auf 7 uhr weg von dem flugzeug vom heck ne also 7 uhr wenn wir jetzt nach vorne dann 7 uhr ich hab ihn gerade gesehen hinten beim haus da muss da einer rumlaufen bei den häusern wo ja da läuft einer rum hallo da läuft einer rum ja ist hier jemand am hau ne das bist du mach mal QE QE ja das bist du gut ja ja ich weiß das ist er eric ist hier am haus bei mir wo ist der typ jetzt wir sehen uns hier gegenseitig er ist 7 uhr 7 uhr was bringt mir das du weißt doch in welche richtung das flugzeug guckt da sind da sind aber zwei einer ist hinten im wald der andere das bin ich ne das bin ich im wald ich mach QE 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 ich bin gerade nach links wenn wir hier laufen da kommt jetzt ein zombie wenn du das hack vom flugzeug nimmst bin ich links oben im wald die zwei personen beim flugzeug sind friendly ja ja einer an dem haus hinter dem flugzeug sind schon wieder so viele spieler wie ich bin direkt am flugzeug ja ohne Mist alter das ist furchtbar ich glaub wir sehen uns ja einfach nur grad gegenseitig mehr nicht ich glaub hier in der Tanne nee Party hab ich ja gesehen wie er zum flugzeug gelaufen ist ich wusste ja gleich dass er Party ist da war ein anderer Typ wie gesagt ja aber wo ist der jetzt hin 7 uhr vom flugzeug weg Party an dem durch die Häuser vorbei ich hab ihn danach aus den Augen verloren weil da der Hügel vor war hochst du gerade vor einer Tanne dennis nein ich hocke nicht ich hocke vor einer Tanne ich mach QE ich mach QE ich mach QE ich mach QE jetzt soll ich da unten ein rennen das ist äh am Heck ist Dings hier Rainbow Flo ich mach immer noch QE wo du gerade bist ja ich bin ein rotes Haus hoch runter hoch runter lass doch mal Patrick ausreden ja ja da war doch Eric ja das war Eric das war Eric das war Eric der hat QE gemacht hier vor mir das Haus ne dieses braune ja genau ja da war Eric der hat QE gemacht das war Eric das ist das gelb braune Haus ja das ist Eric ich bleib mal jetzt hier auf meiner Posi einfach sitzen ihr wisst wo ich bin fertig ist so ich bleib jetzt hier hocken kann eh nix mehr tragen ich weiß zum Beispiel nicht wo du bist das Ding ist äh ich weiß nicht seid ihr über den Wald hier kommen und seid dann rein oder ihr seid hier reingelaufen du und Eric beim Heli Crash wir waren doch in dem Wald dann sind wir oben an der Kante weitergelaufen in dem Büschchen entlang du musst da gehen wahrscheinlich nicht durch ich habe Schritte bei mir ist jemand bei mir wo bist du im Wald ich weiß nicht wo du bist Flo hier läuft bei mir jemand nein ich lauf nicht ich lauf nicht hier läuft jemand ich äh bin hier ich bin hier aber in der Stadt Flo wo bist du mann ich bin um ein Haus alter hinter dir was soll das denn nur ey das geht mir auf den Sack ich sag 10 mal ich hock an der selben Posi jetzt ist hier jemand an dem Haus ich knall den jetzt gleich ab ich QE da ist er noch ich bin hier am Haus ich bin da wer ist das jetzt hier in schwarz ich hit tot einer von euch tot gewesen sinnlos siehst du sag ich doch das ist lächerlich ich habe gesagt ich komme aus dem Wald gerade raus gelaufen dann hast du einen Schritt gehört warum er schießt du mich weil ich dachte du bist du dich oh mein Gott das sind viel zu viele Spieler im Team Sieg ohne Mist viel zu unkoordiniert ne das ist nicht das Problem sondern ihr hört nicht zu wenn ihr manchen anseiten ne es wird einfach viel zu durch ja wenn alle durcheinander reden ich habe jetzt nicht gehört dass du aus dem Wald kommst weil dann Rainbow gesagt hat ich bin dich ich bin dich das habe ich nicht gehört hier am Auto weg vom Auto weg vom Auto zieht die alle weg warte bis Patricia wieder da ist Patricia auch zum Auto stimmt ich Lucy schieße ja ich treff dich mal Alter so mit der hier rum du hast mich auch was geschau'n víde tiefgrar los Soon los los mach keinen scheiß ich sag doch mach keinen scheiß Alter der lebt doch noch der ist tot Junge ernstlich Alter ich sage extra mach keinen Scheiß ey ich kann doch niemand ahnen dass er fehlt wenn man vorwärts fährt das Ding ist doch reingemotet Blut einpacken und los geht's gehen eh auf die Suche nach Essen Alter dann nehmen wir halt alles mitkommt jetzt müssen wir ihn eh wieder abholen Wollen wir den Wald vorrücken hier links? Du bist doch Obdi jetzt ne mit dem Idea einfach Ich weiß, was soll ich denn machen? Sind wir bald da? Wir müssen vorsichtig machen Na vorsichtig besser als Nachsicht ne? Wo ist denn das Scheiß Ding? Ja aber Guck in den Himmel dann siehst du den Quarren Nachsitzen ist besser als Vorsitzen Gott hier ist ein Zombie Links ist der Quarren Wer rennt hier gerade auf uns zu? Wer ist das? Direkt vor uns Nein bin ich nicht Bin ich nicht Hey man das gibt's nicht Warum immer mal ich? Ich raste aus ey Okay Achtung Zombie kommt Achtung Zombie kommt Ich hab jetzt gedacht wir Packkrieg Ich dachte das wäre Rainbow Nein Das ist schön ich bin tot Die müssen sich aber auch echt in die Hosen gemacht haben ne? Hey was schießt denn hier auf mich? Ich hab's nicht mal gesehen ich bin schon wieder tot Ich hab's nicht mal gesehen Ich hab's nicht mal gesehen Ich hab's nicht mal gesehen Vielen Dank.